Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit meiner absoluten Lieblingsserie Quentiff Pepper Fears rausgekommen. Wie immer, der Creator ist ganz oben verlinkt. Guckt bitte mal rein, er macht sehr coole YouTube-Kacke, vor allem gerade auch seine Serie. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ich hoffe natürlich auch, dass da einige, einige Videos noch kommen, dass man daraus so einen ganzen Film machen kann. Und wenn dann die erste Staffel, sag ich mal, fertig ist, dann werde ich, ja dann kannst du ja so ein ganzes Video raushauen, also mit allen Staffeln zusammen, für so ein Best-of und das werde ich mir dann definitiv auch noch reinziehen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ich muss jeden Tag Absprache reinziehen. Was? Für nicht für Zuschauer geeignet. Für Zuschauer geeignet. Achso, okay. Zum Glück bin ich ein, ähm... Spanner. Ist kein Zuschauer, ich bin Spanner. Ich darf das. Krass, ey, das Intro wird immer geiler, ne? Ey, Respekt. Gefällt mir. Ich finde das Intro so geil, ey. Ich feier wie Intros. Peppa Woods für Leute, die 18 sind. Boah, stellt euch mal vor, es gab es ja damals in den 90er Jahren, ich glaube, 98 oder so kam ja so ein Simpsons-Spiel raus, ähm, so ein 3D-Spiel, also was so ein bisschen angelehnt war an, 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 äh, GTA. Stellt euch mal vor, es geht so ein Peppa Woods. Hahaha. Das ist halt so heftig. So ein Peppa Woods in GTA, ne? Hahaha. Alter, wie geil das ist, ey. Hahaha. Gar nicht die Beine bewegen, Alter. Hahaha. 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 Oh oh. Also, es ist halt gerade ein bisschen was von, wie heißt das, Pacific Rim, mit dem Höllenloch da, mit dem wie viel da rauskommt. Der Blink, ne? Ups, ich bin schluss. Der Titan, ist das geil, ey. Ja, man sollte sich nie mit Kräften anlegen, die man nicht kennt, ne? Deshalb lege ich mich auch nie mit Staub an. Also, das putze ich auch nie. Weil das sind Kräfte, die ich nie kenne und ich weiß nicht, was es für Auswirkungen haben kann. Genauso wie Kochen. Ich weiß halt einfach nie, was passiert, wenn ich Wasser in den Topf reinmache und das erwärme. Das sind so Kräfte, mit denen kenne ich mich nicht aus. Mit denen, ne, es kann gefährlich werden, ne? Man weiß ja nie, was passiert, ne? Sie sollten immer Finger lassen von Sachen, die ihr nie beherrschen könnt. Genau so ist es. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sperma, ne? Also, mein Sperma läutet auch immer. Hab ich gehört. Also, unser UV-Licht läutet man klar. Da hab ich ja auch keine UV-Lichter installiert. Wie geil das animiert ist, ey. Was ist gelotzt? Was ist gelotzt? Das ist Schluss mit der perversen Blotzerei, ja? Das ist ja so ein typischer RTL-Zuschauer, ne? Der nur zu Hause sitzt, der nichts von der Außenwelt mitbekommt. Und der ist so nicht checkt, was da am Fenster ist, weißte. Der denkt so, dass wir hier, keine Ahnung, von Microsoft irgendwie eine neue 3D-Technologie, weißte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre genauso. Ne, wenn ich so Quent of Pepper die nächste Folge gucken würde. Und Titan, ne? Oder irgendein Monster würde jetzt hier reingucken, würde ich auch sagen. Was klotzt denn so? Ich muss gerade hier, ne? Reagieren. Das ist wichtig. Ich mag die Folgen. Da kannst du doch nie einfach hier mit deinen komischen Augen hier reingucken. Weil ich bin halb nackt. Oh, oh, da kommt der Nächste. Ich finde die Story mega geil, ne? Voll spannend, krass. Was er gerade aussieht, wie so ein... Geil! Schade schon vorbei, aber verständlich, weil die, 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 die Videos natürlich extrem schwierig sind zu machen. Aber die Story, ohne Scheiß, die fesselt der mega. Also richtig, richtig, richtig cool. Also, ich hätte gern mehr davon. Vor allen Dingen... Hier muss ich mal ganz überwarte. Ich dachte zuerst hier... Wo man den Kopf von Godzilla so leicht gesehen hat, dachte ich zuerst, das wäre einfach nur... mutierter Delfin. So voll süßer Delfin, weil es natürlich einfach mal so ein Drache. Einfach mal so. Oh, geil. Ich freue mich so mega auf die nächsten Teile, ne? Ich fand, die Serie war so geil. So eine richtig... So stelle ich mir einen vor, der... der... jeden Tag nur RTL guckt. Äh, ne, 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 ich will die, ne, ne, ach komm, ich will die jetzt nicht beleidigen, sonst kriege ich hier so Hass, Hass-Nachrichten. Ich gucke auch jeden Tag RTL, ja, 1 plus 1 sind 3. Ja, ich freue mich mega auf die nächste Folge. Bitte, 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 bitte guckt seine Original-Videos an, dass er viel mehr Klicks bekommt. Und, ähm... Ja, dass wir das schön verbreiten können. Ihr könnt das auch gerne teilen. Also nicht meine Reaction, sondern seine Original-Videos. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.